Freunde des schlechten Geschmacks, Johnny motherfucking Schwarzer! Hm? Das erzählt doch mal einen Witz. Arbeitest du eigentlich an neuem Material? Hast du nicht eine Idee, was für so einen Typen wie mich irgendwie cool wäre? Warum tust du das? Die Maske überziehen? Ich bin Batman. Schnipp. Ups. Loppsi plums. Du hast mir versprochen, mich zu pushen. Ich kann auch so auf keine Bühne gehen. Ich habe gesagt, gebt ihr nur einen kleinen Klaps. Mehr nicht. Okay, Charlie, dann lass mal knacken. Eine Zeitlang stand es sich auch drauf, wenn ich mit einer Frau was hatte. Ach so. Das meinst du? Ja, ich weiß genau. Wieso kommst du überhaupt nach Hause, wenn ich dir so scheißegal bin? Wisst ihr, was die sich alles reinknallt zu Hause, was ich alles ertragen muss? Witze von heute, die brauchen Feminismus. Feminismus? Weißt du nicht so abgeranzte Gags, die jeder Hund in Saloniki kennt? Stand up, Charlie. Ich habe Löcher im Kopf wie den Schweizer Käse. Morbus Corsakov im degenerativen Verlauf. Sie müssen schon eine ganz schöne Menge getrunken haben, um dieses Level hier zu erreichen. LKA Schmidt, mein Name. Warum geht's hin? Um die Steuer oder was? Es geht um ein gestohlenes Gemälde. Der Ralf, der hat eine Entzündung zwischen den Beinen. Der kullert eine Murmel raus. Die Verflucht am Wasser! Das bin ich! Verstehst du? Ich bin kein echter Comedian mehr! Kriegen wir das Bild der Liebe, Charlie. Wenn du anklopfst an die Tür deiner Zukunft, dann bist du der Einzige, der aufmacht.